Den Fans des GAK wird die vergangene Saison noch lange in Erinnerung bleiben, dass ein 120-jähriger Vereinsjubiläum, das erste Stadtderby seit 15 Jahren und der emotionale Titelkampf. Am zweiten Spieltag mussten die Roten Grazer in die Südstadt, wo man den runden Vereinsgebürztag mit einer Überrollfahne und sämtlichen pyrotechnischen Erzeugnissen feierte. Dann ging es Schlag auf Schlag, zwei Derbys standen an, zunächst jenes mit Kapfenberg und schließlich das kleine Grazer Derby. In Kapfenberg leitete man die Partie unter dem Motto Rotes Graz mit Fahnen, Konfetti und Rauch ein. Drei Runden später traf man auf die Zweitvertretung von Sturm Graz. Zum Intro gab es eine One Love, One Heart, Grazer AK-Choreografie. Dann stand ganz Graz zwei Wochen lang Kopf, am 19. Oktober kam es zum ersten Mal nach mehr als einem Jahrzehnt zum großen Stadtderby. Der rote Anhang traf sich zum gemeinsamen Einstimmen im ORF Park, von wo man anschließend im Cortio zur Mercur Arena marschierte. Am Stadionvorplatz wurde der Mannschaftsbus mit reichlich Pyro und lautstarken Gesängen in Empfang genommen. Zu Spielbeginn wurden zwei große Blockfahnen ausgebreitet, die einen rotes Graz-Schriftzug bildeten. Anschließend gab es eine spektakuläre Pyro-Show und während des Spiels zeigte man Spruchbänder und gezogenes Material wurde abgefackelt. Kurz vor Ende der Winterpause gab es ein Freundschaftsspiel mit NK Celik Zenica aus Bosnien, worüber wir in einem separaten Video berichteten. Im ersten Spiel der Frühjahrssaison in Horn gab es eine simple Motoschall-Choreografie. Zwei Wochen später traf man auswärts auf die Vienna. Für die Szene ging es per Fanmarsch zur legendären Hohenwarte, wo man einen der stärksten Auftritte hinlegte. Zum Intro gab es eine Fahnen-Choreo mit einem aus Doppelhaltern entstehenden Ultra-GAK-Schriftzug. Bevor die Duelle mit der direkten Konkurrenz anstanden, gab es beim Heimspiel gegen den mittlerweile abgestiegenen SK vorwärts Steyer eine Fahnen-Choreografie, gestaltet von den mittlerweile aufgelösten 84er-Jungs. Bereits am darauf folgenden Spieltag ging es vor eigenem Publikum gegen die St. Pölkner Wölfe. Zum Intro gab es neben GAK-Emblem- und Athletik-Sport-Club-Banner ein Chaos-Intro zu bestaunen. Nach Seitenwechsel folgte eine Pyro-Show. Nur zwei Wochen vergingen und man traf auf Blau-Weiß-Linz. Zu Spielbeginn gab es zur Devise-E-Zahlung wie to the top if you wanna rock and roll eine von der Red-Firm gestaltete Choreografie mit weißen Zetteln und diversen Blockfahnen-Elementen. Nach einem Auf und Ab aller drei möglichen Aufstiegskandidaten kam es am letzten Spieltag zum großen Showdown zwischen Graz und Linz, der GAK musste nach Dornbirn. Eine Völkerwanderung in Rot stand also nichts mehr im Wege. Der Dornbirner Marktplatz war der Treffpunkt aller mitgereisten, von wo es im beachtlichen Cortio zur Birkenwiese ging. Zu Spielbeginn und nach Seitenwechsel gab es jeweils eine Pyro-Show, bestehend aus Bengalos und Rauch. Stimmt gerne auf unserer Website für die Choreo der Saison ab und schaut gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Stimmt gerne auf unserer Website für die Choreo der Saison ab und schaut gerne auf unserer Website für die Choreo der Saison ab und schaut gerne auf unserer Website für die Choreo der Saison ab und schaut gerne auf unserer Website für die Choreo der Saison ab und schaut gerne auf die Choreo der Saison ab und schaut gerne auf die Choreo der Saison ab und schaut gerne auf die Choreo der Saison ab und schaut gerne auf die Choreo der Saison ab und schaut gerne auf die Choreo der Saison ab und schaut gerne auf die Choreo der Saison ab und schaut gerne auf die Choreo der Saison ab und schaut gerne auf die Choreo der Saison ab und schaut gerne auf die Choreo der Saison ab und schaut gerne auf die Choreo der Saison ab und schaut gerne auf die Choreo der Saison ab und schaut gerne auf die Choreo der Saison ab und schaut gerne auf die Choreo der Saison ab und